Hallo, hier ist der Basti Fantasti. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid auf meinem Kanal hier bei YouTube und bei Facebook. Schön, dass ihr dabei seid. Heute mache ich mal eine kleine Umfrage, die ich mit meinem Team hier besprochen habe. Wir arbeiten ja im Hintergrund in Kro. Wir greifen ja so wie ein Zahnrad zusammen. Und dann geht's ab. Und das Beste ist, wir lassen es euch entscheiden. Denn wir wollen gerne wissen, zwei Sachen. Die erste Sache ist, haltet euch fest, bleibt gespannt, haltet euch fest. Jetzt wird da auf irgendeinem großen Sender Werbung kommen, aber bei mir kommt keine Werbung. Nee, ich sag's euch gleich, meine Freunde. Denn wir wollen von euch wissen, wann findet ihr die beste Sendezeit? Also das Einzige, was die Vorgabe ist, ist, dass es immer so gegen 22, 23 Uhr sein wird. Ja, das ist die einzige Bedingung. Aber welcher Tag? Zum Beispiel Sonntag, Mittwoch, Freitag? Oder Dienstag, Freitag, Sonntag? Schreibt's doch einfach mal in die Kommentare, wenn ihr gerne den Basti-Fantasti-Abendgruß sehen wollt. Und das bitte nur dreimal in der Woche. Vielleicht maximal vier, aber dreimal wäre schon richtig genial. Denn ich habe ja auch ein Basti-Fantasti-Leben. Denn ich bin ja auf großer Welt-Tournee. Ja, genau, das wollen wir von euch wissen. Und die zweite Frage wäre natürlich auch noch, was wir gerne von euch wissen wollen, ob es Themen-Sendung geben soll. Wir hatten ja jetzt vor kurzem erst den letzten Anrufer gehabt, der ja über seine Arbeit als desinfiziöser Zinfizitiator, also als über... Ihr wisst schon. Also, ob ihr gerne Themen-Sendung haben wollt, sprich, ob wir reden über Liebe, ob wir über Arbeit reden, ob wir über Geld reden oder über Hobbys, verrückte Hobbys oder mal euer bestes Erlebnis mit euren Freunden oder, oder, oder. Das könnt ihr uns auch noch reinschreiben. Schreibt's unten in die Kommentare oder bei YouTube natürlich auch unten in die Kommentare. Na wo denn sonst oder was hin? Na wo denn hin? Genau, das wollen wir von euch wissen. Und dann denke ich mal, sind wir richtig up-to-dated hier in der Line beim Basti-Fantasti-Feed. Check, check, check. Check it out, yeah. Also, ich freue mich, wenn ihr alle da mitmacht. Gebt uns ein Feedback und das wäre richtig genial. Auf diesem Weg danke ich natürlich auch noch den lieben Tom und den Dominik, die hier fleißig an meine Homepage, der Basti-Fantasti bekommt. Nein, ne Homepage. Na klar, ne Homepage bekommst du. Ne Homepage, das ist ganz modern. Da könnt ihr dann rumklicken, dann könnt ihr über Miss News erfahren, dann könnt ihr Livestreams gucken und vieles mehr. Also mehr programmieren, wie verrückt, 24 Stunden, 663, nee, 365 Tage im Jahr, tun wir hier programmieren. Und das macht mein Team. Und da gibt's einen fetten, fetten, fetten Daumen nach oben, ja. Und des Weiteren folgen demnächst weitere Infos. Bis dahin sage ich schonmal Tschüss, Goodbye und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen im Basti-Fantasti-Abendgruß hier bei Facebook oder bei YouTube oder oder oder. Also bis gleich. Da wärst doch bekloppt oder was.